Als Produzent bin ich sehr froh, dass es das MEZ Formatfestival gibt, weil die Landschaft, die Rundfunklandschaft braucht neue journalistische Formate, um auch jüngere Generationen zu erreichen. Ich denke, die Zukunft des Journalismus liegt im Intermediären, also dass man verschiedene Medien nutzt, Zwischenmedien nutzt und auch weiß, wie man damit umgeht, um sein Publikum zu erreichen. Um euch im Wettbewerb abzuheben, solltet ihr erstens euer Zielpublikum kennen, zweitens solltet ihr mutig sein und drittens solltet ihr euch mit den Medien auskennen, mit denen ihr arbeiten möchtet. Ich denke, der Gewinner wird schon eine große Aufmerksamkeit bekommen in der Branche und ich wünsche ihm, dass er einen Produzenten findet und auch einen Finanzier, der seine Idee umsetzt. Thursday night. Kanal 1! Hold hasta en�moi! fino an zu me too! Ich bin unbedingt hier! ишIMMiraujemy! wo ist nur das Werk?